Herzlich willkommen im Schneideraum. Zurzeit sind alle Leitungen besetzt. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Wir melden uns in Kürze. Gerne können Sie auch im Internet unter www.schneide-raum.at einen Friseurtermin bei uns buchen. Schneideraum. Natürlich schön. Wir melden uns in Kürze. Bei uns erleben Sie den Kurzurlaub vom Alltag. Schneideraum. Ein Verwöhnerlebnis nicht nur für Ihre Haare und Ihre Haut, sondern auch für Ihre Seele. Wir melden uns in Kürze. Wir verwenden Aveda Pflegeprodukte für Ihr Haar und Ihren Körper aus natürlichen Inhaltsstoffen. Schneideraum. Natürlich schön. Wir melden uns in Kürze. Herzlich willkommen im Schneideraum. Sie rufen außerhalb unserer Öffnungszeiten an. Gerne können Sie auch im Internet unter www.schneide-raum.at einen Friseurtermin bei uns buchen. Unsere Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 Uhr bis 19 Uhr, Donnerstag von 9 bis 21 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr. Sie können uns gerne nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Wir melden uns bei Ihnen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.